Ich würde eh gerne wieder was machen. Ich würde mal weg machen, ja. Ja, ja. Schade, dass jemand das kürzt. Ja, das ist ja kürzlich. Ja, ja. Wenigstens, wenn du fluchst, dann wärst du es klug. Oh, aber das ist nicht mehr wichtig. Ja, dankbar. Du weißt, weil... Na, es ist ja gut. Ja. Das ist ja gut. Ja, das geht. Ja, das geht viel besser. Ja, das geht viel besser. Ja, ja. Achtung. Na, das ist real. Ja, das geht vielleicht auch anders. Meine Damen und Herren, eine Losung zu unserem heutigen Flug. In wenigen Minuten verkehren wir Ihnen an einem Fleck der Zughalte-Gedänke durch Café und D. Eine Empfehlung für Ihre eigene Sicherheit. Bitte bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt. Wenn Sie Handgebäck aus den Fächern über Ihnen herausnehmen möchten, so achten Sie bitte, dass dabei nichts herausfällt. Gerne dürft Ihr auch wieder Ihr elektronisches Gerät verwenden, wenn Sie die Festricht bereit haben. Ansonsten werden Sie bitte mit das Anschnallzeichen über Ihnen erwischt. Ihr Mobiltelefon dürfen Sie erst nach der Landung in Brüssel wieder verwenden, wenn die Flugzeugtürre geöffnet ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch genießen Sie den Flug. Ladies and Gentlemen, some words about our flight today. In a few minutes we will serve you a snack, along with cold drinks, coffee and tea. A recommendation for your own safety, please keep your seatbelt fast throughout the whole flight. If you would like to take something out of the overhead bins.